Boah, was bin ich für ein Typ? Sehr, sehr gemeine Frage. Ich bin ja jetzt auch kein Weltenbummler. Das ist jetzt mein vierter Verein im 13. Profijahr. Und man war schon so ein bisschen nervös. Es ist alles neu. Aber ein Riesenlob an die Truppe. Mega, mega geile Jungs dabei. Deswegen hat man schon so ein Bauchkribbeln heute früh gehabt. Bin ich auch ganz ehrlich, auch mit 30. Auch mit genügend Erfahrung. Aber das bestätigt mich einfach in der Entscheidung, die ich getroffen habe, zurück nach Deutschland zu kommen. Und hier zu Hannover zu kommen. Ja, Frankie und ich, wir waren auch schon zusammen im Urlaub. Ist ja ein Dresdner Junge, ich ein Erfurter Junge, beziehungsweise in Weimar geboren. Und man hat ja das gegenseitig immer verfolgt, auch wo er damals in Norwich gespielt hat. Und ja, ich freue mich jetzt einfach mit ihm zusammen auf dem Platz hier zu stehen. Und ja, hoffentlich auf eine erfolgreiche Saison. Was bin ich für ein Typ? Sehr, sehr gemeine Frage. Das sollen eigentlich lieber die anderen machen, aber kurz und knapp. Ich bin sehr, sehr positiv. Ich habe immer ein Smiley im Gesicht auf dem Platz. Ich probiere vorweg zu gehen, zu dirigieren. Ich bin eiskalt im Zweikampf. Ich denke, ich habe ein vernünftiges Aufbauspiel. Aber da sollen die Fans sich selber ein Auge machen und eine Einschätzung abgeben. Aber ja, bei mir ist das Glas immer halb voll anstatt halb leer. Ja.